Hola. Buenos días, liebe Urlaubsuchende. Wir überbringen gerade einen wunderschönen Urlaub auf Mallorca in der wunderschönen Finca Pilavera in Arta und genießen es auf jeden Fall tierisch. Hier ist es mega schön, eine wunderschöne Finca im mediterranen Stil, mit einer wunderschönen Lage, direkt in der Natur, nichts drumherum und hat seine totale Ruhe. Es gibt drei oder vier Terrassen, wo man super entspannen kann, wo du zu jeder Uhrzeit die Sonne hast. Jeder kann für sich entspannen, wenn er Ruhe braucht, ein wunderschöner Pool hier. Die Finca ist eingerichtet mit wunderschönen stilvollen Details, wie zum Beispiel hier der Wasserfall in den Pool rein. Man ist super schnell der Kaleratiada in der wunderschönen Kalaguya. Man ist schnell morgens früh zum Frühstücken, kann man schnell seine Brötchen, sein frisches Obst im Frischemarkt holen, direkt in Arta. Wir können es nur empfehlen. Wir genießen diesen Urlaub in vollen Zügen. Wenn ihr euch für diese Finca entscheiden solltet, macht ihr es komplett richtig. Also wir können es nur weiterempfehlen. Dankeschön und viel Spaß bei der Urlaubsbildung. Adios! Finca Jorca. Urlaub dir was.